Die wertvollen Elementvasen hatten seit ihrer Herstellung vor 300 Jahren einiges erlebt und wurden in der Werkstatt der Dresdner Porzellansammlung restauriert. Die Reinigung kann bei weißem Porzellan mit Dampfstrahl erfolgen, aber es gibt auch zahlreiche Beschädigungen. Viele plastische Elemente sind abgebrochen. Die Geweihstangen vom Hirsch, der Dreizack vom Neptun oder Beine, Füße. Schön ist es natürlich, wenn die Kollegen die abgefallenen Teile aufbewahrt haben und wir die heute wieder verwenden können. Die werden dann mit dem Kleber einfach angesetzt. Aber natürlich sind auch Verluste dabei, die jetzt ergänzt werden müssen. Die SKD besitzt von jeder dieser Vasen mehrere Ausführungen. Verlorengegangene Elemente können deshalb von einer anderen Kanne des gleichen Typs mit Silikon abgeformt und dann aus lichthärtendem Kunststoff nachgebildet werden. Für größere Fehlstellen, wie zum Beispiel einen abgebrochenen Ausguss, werden digitale Techniken verwendet. Die defekte Kanne und ihre Schwesterstücke werden als dreidimensionales Modell eingescannt. So kann das fehlende Stück am Computer berechnet werden. Es wird in einem 3D-Drucker produziert, an die Kanne angesetzt und retuschiert. Diese Ansatzstelle, die kann man durchaus auch sehen. Man soll ja nicht vorteuschen, dass es ein intaktes Stück ist, also dass es überhaupt nie eine Beschädigung gegeben hat. Man kann durchaus sehen, dass die Stücke angesetzt sind. und dann in einem 1D-drucker der Sachverstücke Man kannία eines Pfosten Man kann man Anne custre해야ать rápidamente, aber er Quer coordinate' nombre diesem Punkt. Wo lege der Technik ist, die er nachgegorysteine Vielen Dank.